Hallo Leute, das ist Freestyle Chaos am Bolotar Airfield. Ja, viel Spaß, ist absolutes Chaos. Seh ich einen. Wo denn? Wer ist das? Der hier nur der latscht, am so'n Container. Das könnte ich sein. Warte mal. Warte, ich bin jetzt in der Nähe von diesem... Ich seh einen hinten in so'n'em Hof, abget... Oh, fuck. Der schießt auf mich, der schießt auf mich. Ich ja bleib ruhig, bleib ruhig. In welchen Knie? Das ist ein Gegner, Alter. Ich schlock ihn mal aus, oder? Sag mir, wofür hast du dich denn? Ich hab' ne Acht, Dominik. Echt? In welchem Hof? Ich seh ihn, ich seh ihn. Der ist zehn Meter entfernt. Der guckt um die Ecke. Der ist in nem Hof. Der ist nicht im Hof, der ist genau hinterm Hangar. Hinterm Hangar und guckt um die Ecke. Ja, mein ich ja. Aber das ist so'n Hof, abgezäunt. Da kann ich hinrennen, pass auf. Attacke. Hinstellen. Mach' ein paar Schuss. Nein. Go, Willi, go. Ich geh jetzt hin. Ich baue noch auf die Rübe. Alex, ich komm mal wieder zu dir. Ich komm mal wieder zu dir. Da ist der. Hört ihr das? Ja, der versucht auch nicht zu schließen. Ja, das bin ich. Das bin ich, wenn ich mit der Angst gegen die Wand spiele. Der denkt hier, wenn auch einer oder so. Der ist genau hinter... Ah, alles klar, den krieg ich. Den krieg ich die Sau. Ich mach' den jetzt platt. Hör auf, tut mir da mit. Ich geh' jetzt hin. Ich greif' den jetzt an. Weißt du, das war grad nochmal knapp, Alter. Das war richtig knapp, Mann. Wo ist das denn da, wo wir herkamen? Nein. Wenn ihr aus dem Gebäude rauskommt, geht ihr links rum und dann seht ihr nur eine Wand. Und wenn ihr die Wand seht... Ich greif' den jetzt an. Volle, 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 Attacke. Ja, okay. Kannst du nicht lang, Alter, ich hab' nicht... Ja, ja, red' nicht. Nein, er guckt schon. Es sind zwei Mann. Er zielt. Trifft nicht. Daneben. So, mein Freund, ich bin jetzt da. Beschießt euch selber. Ja. Axt rein. Wir rennen wie die Hasen. Lauf. Zwei Mann. Zwei Mann. Ich bin tot. Ich hab' die Typen aber angehackt. Und zwar kräftig. Der ist auf. Der ist... Ich fühl mich auf. Ja, toll. Der will gar nicht von mir. Klappt's einfach. Geht doch. Achso. Obst du jetzt den Zombie immer wieder? Ich tatsächlich, ich hab den blöden Zombie im Gebot. Jetzt noch ein paar. Sag, es sind tatsächlich so. Oh. Ich blüte, diese Blütenstelle. Ich grommle auf den Zombie ein. Immer auf die Lüge. Hallo, heute. Ich bin hau-hutern. Echt? Da bin ich jetzt auch. Ich steck mal schlachten. Axt raus. Komm her. Wir ziehen die Hütte gerannt. Kommt raus. Kuckuck. Kuckuck. Was war's? Pass. Na klar. Hab ihn. Ja. Zerhacken. So. Dann zeig mal her. Was hast du denn für alles dabei? Warte. Warte. Warte mal von mir. Und was schießt der Arme nicht mehr? Blitzen. Wie war's auch nix? Ja, jetzt hab ich ne Axt. Deine Axt ist schon mal gut. Ja. Also an diesem braunen Schuppen, den du mir jetzt beschreibst. Da ist keiner. Da sehe ich. Ich gräse nicht zu. Das ist kein Dach. Das ist. Das muss die. Da bist du am Boden am Kauschen. Ich bin 50 Meter links hinter dir auf der Erhöhung. Okay. Du wolltest mich an der Erschlagen, die dumme Sau. Das hab ich ihn zermördert. Komm her. Ich zerhack dich, Junge. Du bleibst hier. Ich riechst mir nicht weg, mein Freund. Dich sehe ich, aber nicht. Keine Chance. Sehe ich nicht. Die Schüsse. Diese Side-Einschüsse. Die Schüsse ist alles angehört, als wenn die. Einfach sagen. Am Flugfeld sind, wie es aussieht, vier Bandi. Ja, weil die uns alle getötet haben. Vorher waren es nur zwei, jetzt sind dann noch zwei. Aber die sind eher Anakteur. Weil die haben die Schild. Jo, einer davon verfolgt mich. Scheiße, ich bin kein Lenker. Am Arsch der Welt. Ja, da war ich eben. Hier ist einer gespawnt. Der kommt auch auf mich zugewetzt. Geh weg. Ich laufe jetzt einfach wieder zu dem, zu meiner Ausrüstung. Ja, er geht da im Kreis und läuft. Ich möchte ihn mal angreifen. Ich greife mal den Axtmann an. Ich kaufe mit der Fäusten wieder. Boah, Alter, er schießt einfach der Ding in dem dicken Wasser auf mich. Ich will mich so einen dicken Schrauben schmissen. Hör auf die Rübe her, Mann. Was ist das? Ich war da noch witzig. Hey. Hahaha. Das sind zwei Hörger. Ja, ich glaube es ist ein Axtmann. Ich glaube es ist ein Axtmann. Ich bin da ein Typ mit einem fetten Ränser und Angst. Oh, ich höre schon wieder Maschinen. Er schießt die immer noch durch die Gegend. Das ist einer, ne? Ja, genau, der ist der. Wo rennt der? Außen rum? Ja, außen. Hey, wo bist du? Ich renne geradewegs auf den Zug. Ich sehe ihn. Wo muss ich denn jetzt lang? Der rennt auch mit der Axt da rum. Ich bin im ersten Etage. Da kommt noch einer. Wer rennt da gerade rein? Das bin ich. Okay, ich warte. Bin ich. Rein, komm. Ich stürme rein. Einer muss aus. Ja, und ich renne auch. Seid ihr das? Der ist hier drin, der ist hier drin. Wer ist das? Wer ist das? Der ist der andere, dass der Gegner mit der Gastforskel. Ich dachte, das wäre einer von euch. Deswegen habe ich eben nicht geschlagen. Ich weiß nicht. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Alle draußen. Alle draußen. So, und der Typ ist oben. Ja. Da gehe ich hoch. Scheißegal. Ich habe da nichts. Lass mich vorrennen. Dann kann er mich zerhaken. Der geht ganz hoch. Der geht ganz hoch. Ja, komm. Oh. Dreimal werden wir den runter. Na, das ist böse. Ich gehe vor. Wo ist die Sau? Da hinten rennt er. Dann draußen rum. Komm her, du kriegst sie. Wie komme ich denn jetzt zum Airfield wieder? Ich bin ein Kamelka. Du musst raus. Wie kommt man raus? Ich bin raus. Ich komme schon. Ich komme schon. Wow. Pass auf. Ich bin runtergeflogen. Juhat. Arno, bist du das? Der da so blutet? Ja, ich blute. Sag den mal. Mach den weg. Mach den weg. Schlag den doch. Ich könnte dir helfen, aber. Ich glaube, ich habe ihn umgebracht. Hast du geschossen? Mit der Waffe? Ja. Da kommt noch einer. Da kommt ein Spieler auf sich zu. Da kommt noch einer. Pass auf. Von wo? Von wo? Aber der hat nichts. Der hat nichts. Der hat alles. Der hockt da. Hinter dem Hangar. Da. Boah, ey. Ne, ich erschieße den. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Nein, ich bin tot. Scheiße. In dem roten Rucksack komme ich jetzt zu dir. Hast du ihn erschossen? Der hat mich erschossen, Junge. Hast du mich erschossen, Arno? Ja, sieht so aus. Boah, du bist so ein Cat, Alter. Oh Mann, wie geil. Oh Mann, wie geil.